hallo meine lieben freunde der erfolgsmusik herzlich willkommen des honor 2 und mir stürzt wieder mal das spiel ab hier bin ich ja gespannt und ich habe jetzt mal so eine lösung reingeschaut das ist ja affenartig was oder machen muss weil ich es nicht so ganz verstehe weil man soll das herz benutzen in der nähe von der die leila muss ich das herz benutzen ist da keine ahnung wenn ihr sie umbringen wollt dann geht in das bild und warte wenn ihr mit dem start bleiben möglichst ohne dass ihr euch sieht er haltet das herz bereit als erstes müsst ihr nah an die leila heran möglichst ohne dass sie euch sieht und benutzt ihr das herz wenn ihr nah an der dran zeit nach der szene springt sie das bild und wir sollt ihr folgen auch kommt also ich muss es ja jetzt warte jetzt probiere ich aber mal da rein genau da ist die tante hoch worte soll ich mal speichern das bild rein aber da müssen wir das in ihrer nähe das herz benutzen oder wie jetzt speichere ich mal weil es mir dann auch stützt und aber die hunde müssen wir auch noch töten das war der kommt zu so dahin schleichen bin ich geschlichen die schleiche ja und wenn ich jetzt aber die rune nehme dann wird es noch schlimmer heißt also noch schwieriger jetzt muss ich da runter oder und jetzt war so macht jetzt speichere ich mal weil es geil wieder abstürzt das weiß ich jetzt müsste ich das herz benutzen ja ich zeig's dir gleich ah jetzt habe ich das herz benutzt also so und sovielte folge absturz 23 keine ahnung fortsetzen jetzt sind wir da also ich muss das herz benutzen warte das ist der hund oder da um die ecke ob die tante und da muss ich das herz benutzen weichern wartet speichere ich noch mal geht mal schauen ob es jetzt geht keine ahnung das stürzt immer ab dritter obsturz erst im moment das ist nicht richtig ja jetzt geht es gleich wieder auf überspringt ich probiere es jetzt einfach weil das schnittsland ob überspringen da muss ich überspringen drücken mal schauen x überspringen fortsetzen also ich muss ja das herz rein hauen und dann schnell überspringen drücken sollte so und jetzt überspringen 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 abgabend ach warte speichert hat selber gespeichert eliminiere setze da am warte nicht speicher ich aber nochmal mal. Oh ne, warte, Speihand. Äh, oh ne. Hä? Ja, aber wenn ich die, das glaube ich ist scheiße, weil da muss ich, oh ne, die könnte da noch das Sing einsetzen. Ah gut, jetzt bin ich schon mal bei. Warte, jetzt muss ich aufschreiben, jetzt. Wie blüht der scheiß Controller? 19, 14, 19, 14. Ah gut, immerhin weiter, weil ohne Absturz, sie stürzt da an der Abwehr. Also ich muss jetzt, was muss ich jetzt? Ah, komm. Oh, Entschuldige. Folge Delilah ins Gemälde und dann? Ich stelle eine Fehler auf die Runde. Ein nicht tödlicher Ansatz verursacht weniger Chaos. Folge Delilah ins Gemälde, um sie daran zu hindern. Ich mach mal lieber das, weil da heißt es, ja ja, optimistisch, aber dann, das heißt, Warte, äh, wollt ihr nicht töten, dann platziert die produzierte, fehlerhafte Rune links, äh, jetzt betrete die das, dahinter müsst ihr Delilah bewusstlos werden lassen. Das ist leichter gesagt als getan. Eben, also ich hau die lieber um, komm. Also platzieren wir das nicht, jetzt gehen wir da rein. Betreten. Aha, aha. Oh, kack. Eliminiere. Jetzt töten. Warte. Speichern. Äh, komm, ja, das kann doch nur zu schwer sein. Komm, die hau ich jetzt um. Das ist die, oder? Ja, 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 komm. Achso. Deactivated. Hallo, meine, entschuldigung, liebe Freunde der Folklore und des Synchonschwimmens. Wie stürzt da und ab jetzt hier, ich hab's hier schon mal versucht, stürzt da und ab. Äh, pass auf, das wird gleich wieder. Also da vorne hockt die Tante und jetzt müssen wir die töten. Und ich hab jetzt cheat und endlich Munition. Also angeblich sind da noch Doppelgänger von ihr. Aha, siehst du da hinten. Da sind irgendwie Doppelgänger. Warte, das muss ich mal mit der Fahnenflöte hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ja, warte. Ich muss Sämtl die Doppelgänger. Das wird gleich wieder abstürzen. Scheiße. Da ist schon mal keiner. Oh, oh. Schau her, das sind alles. Gleich wird's wieder abstürzen, wenn ich die gleich erschieße. Ah, nee, das sind überall. Da, schau her. Da ist eine. Ah, komm. Warte, was ist? Ah, da. Ah. Und da eine? Also, äh, ich probier's jetzt zum so und sovielten Male. Ahem. Ahem. ja mal von hier rum da kommen reingehen wenn ich stürze ab tut mir leid was gibt es hier vielleicht stürzt irgendwo anders nicht ab da ist eine sorte